Weißt du wo sich Leon ausgelockt hat? Wo sich Leon infectionsしました? Ne..wolf ich understands Has ich gebertet accusation Bist du so ein trigger-boy Fonds sind dies Mal Geno Bob ich habe nur viel Holz erfahren keine 24 hier Hör mal auf zu essen. Hier, 6 Enderperlen. Für die Sache ging meine Truhe und die Enderperlen. Auch ich gehe raus. In welcher Truhe? In meiner, wo die Sachen von mir drin sind. Also die Musik, die war aber schön. Die ist gut, gell? Ja. Das schicke ich Leon, weil ich es nötig habe, weißt du? Willst du jetzt offline gehen? Ich möchte in meinem Handout weiterarbeiten. Ich behalte die Sachen einfach im Gäbsidee, wenn du wieder online bist. Würdest du so? Ja. Das macht Leon bestimmt dein Haus auch kaputt. Der hat doch mein Haus kaputt. Nee, er macht mein Haus kaputt, weil ich dein Haus kaputt gemacht habe. Du hast mein Haus nicht kaputt gemacht. Doch, habe ich. Alter. Doch. Das ist ja nur gesund. Dein Haus wird so sterben. Wieso wird mein Haus jetzt sterben? Oh mein Gott, ich sterbe hier schon in Leons Haus. Ich habe gehört, ich muss jetzt ganz weit weglaufen mit dir. Lass mal machen. Was denn? Ganz weit weglaufen. Oh, hier, hier. Okay. Alle meine Sachen sind bei Leon verbrannt. Okay, dann sind wir quitt. Sind wir quitt. Also Leon, mach mein Haus nicht kaputt. Es ist alles verbrannt. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.